Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Via Aktuell, der VR-News-Sendung hier in der Zockstube. In diesem Format möchte ich euch die wichtigsten News aus der Welt der Virtual Reality kurz und knapp zusammenfassen, sodass ihr auf der einen Seite top informiert bleibt und andererseits aber Zeit spart, weil ihr keine stundenlangen News-Sendungen schauen müsst, sondern ich euch die News kurz und knackig präsentiere. In dieser Woche haben wir einige spannende Neuigkeiten über die MetaQuest 3, die Apple Vision Pro, die PSVR 2 und vieles mehr. Interessiert ihr euch für weitere spannende Neuigkeiten aus der Welt der Virtual Reality, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn in der Endcard werde ich euch meine Playlist mit weiteren interessanten VR-News hinterlegen. Und jetzt lasst uns loslegen. Spieleabo für die MetaQuest? Ein neuer Leak weist auf die Einführung eines Spiele-Abonnement-Service für die MetaQuest hin. Der Twitter-Nutzer Jaden Ross entdeckte in der App-Auswahl der MetaQuest-App Hinweise auf den Namen des Dienstes MetaQuest Plus sowie den voraussichtlichen Preis von 7,99 Dollar pro Monat. Es wird vermutet, dass Abonnenten des Dienstes jeden Monat zwei neue VR-Apps einlösen und behalten können, solange sie das Abonnement nutzen. Damit würde dieser Abo-Service eher den Abo-Angeboten von Xbox Live Gold oder PlayStation Plus ähneln, als beispielsweise dem Microsoft Game Pass, bei dem Nutzer eine wechselnde Bibliothek von Spielen zur Verfügung steht. Die Attraktivität des Dienstes wird wahrscheinlich stark von den monatlich angebotenen VR-Spielen abhängen. Während Xbox Live Gold und PlayStation Plus mit Ausnahmen für das Online-Spielen benötigt werden, gibt es im Quest-Ökosystem derzeit nichts Vergleichbares und das Online-Spielen ist kostenlos. Es ist nicht klar, wann und in welcher Form Quest Plus eingeführt wird, da Meta bisher keine offiziellen Angaben gemacht hat. Es ist auch bekannt, dass Meta einen VR-Streaming-Dienst mit dem Codenamen Avalanche testet, der es Nutzern ermöglichen könnte, hochwertige PC-VR-Spiele über das Internet auf die Meta-Quest zu streamen. Phasmophobia für die PSVR 2 Phasmophobia erscheint auf der Xbox, PS5 und der PSVR 2. Phasmophobia ist ein kooperatives Online-Horrorspiel für bis zu vier Spieler, das von Kinetic Games entwickelt wurde. Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von paranormalen Ermittlern, die in verschiedene Spukhäuser gehen, um Hinweise auf übernatürliche Aktivitäten zu sammeln. Dabei nutzen sie verschiedene Arten von Ausrüstung, von Geisterboxen über UV-Lichter bis hin zu Kameras, um Hinweise zu sammeln und zu bestimmen, welche Art von Geist sie heimsucht. Das Spiel zeichnet sich durch seinen Immersionsgrad und sein intensives Gruselerlebnis aus, das durch ausgeklügeltes Soundeffekte und visuelle Anreize verstärkt wird. Auf jeden Fall ein Top-Game für alle PSVR 2-Spieler. Dann gibt's News zu Assassin's Creed Nexus. Drei Jahre nach der ersten Ankündigung von Assassin's Creed Nexus VR hat Ubisoft endlich einen ersten Trailer des VR-Spiels für die Meta-Quest veröffentlicht. Hierbei handelt es sich allerdings erstmal um einen Render-Trailer. Bei dem Ubisoft-Forward-Event wurden drei spielbare Charaktere vorgestellt. Ezio Auditore da Firenze im Italien der Renaissance, Cassandra im antiken Griechenland und Connor Kenway im kolonialen Boston. Die Spieler können sich frei auf offenen Karten bewegen und mit historischen Figuren, Zivilisten und Gegnern interagieren. Ubisoft bestätigte, dass Parcours, Stealth und Kampf eine wichtige Rolle im Spiel spielen werden. In einer neuen Kampagnen-Story hat Abstergo Industries einen Weg gefunden, mächtige verlorene Artefakte zu bergen, mit denen die Überzeugungen von Menschen manipuliert werden können. Die Spieler werden in der Rolle der genannten Assassinen neue Geschichten und Missionen aufdecken. Assassin's Creed Nexus VR ist für den Winter 2023 geplant und wird auf der Meta-Quest 2, 3 und der Meta-Quest Pro verfügbar sein. Das Spiel wird von Ubisofts RedStorm Entertainment entwickelt, mit Unterstützung von Ubisoft Düsseldorf. Gerüchte über mögliche Versionen für andere VR-Brillen wurden bisher nicht bestätigt. Gibt es bald eine günstigere Apple Vision Pro? Apple arbeitet berichten zufolge an einer günstigeren Version seiner 3.500 Dollar Vision Pro VR-Brille, obwohl es schwierig sein könnte, die Kosten ohne erhebliche Kompromisse zu senken. Die teuersten Bauteile der Vision Pro sind die beiden Apple Silicon Prozessoren M2 und R1, sowie zwei 4K-Micro-OLED-Displays und die ganzen Sensoren. Diese Komponenten spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des von Apple propagierten Paradigmas der räumlichen Datenverarbeitung. Mark Gurman, ein renommierter Apple-Analyst, vermutet, dass die Kosten durch den Einsatz eines A-Serie iPhone-Prozessors, einer geringeren Display-Qualität und möglicherweise einer Reduzierung der Sensorkomplexität gesenkt werden können. Änderungen am Kopfband, Lautsprechern und Linsenjustierung könnten ebenfalls helfen, die Kosten zu senken. Apples Betriebssystem Vision OS ist jedoch um das aktuelle Sensordesign herum aufgebaut, sodass Änderungen in diesem Bereich möglicherweise überhaupt nicht möglich sind. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass Apple die Augen- und Hand-Tracking-Bedienungselemente überarbeitet, die ein integraler Bestandteil von Vision OS sind. Sollten alle geplanten Änderungen realisiert werden, prognostiziert Gurman, dass die nächste VR-Brille von Apple Ende 2025 erscheinen könnte. Und jetzt kommen wir zu den News zur MetaQuest 3. Die MetaQuest 3, die im Herbst 2023 erscheinen soll, verfügt über ein neuen, mehr als doppelt so leistungsfähiges Chipset wie der Snapdragon XR2 der MetaQuest 2. Das wird unter anderem ermöglicht durch ein neues Kühlsystem, das zusätzliche Leistung freisetzt. Anders als beim Vorgängermodell der MetaQuest 2, die unterhalb ihrer Kapazität lief, um Überhitzung zu vermeiden, wird das neue Kühlsystem die CPU-Leistung in einigen Fällen um bis zu 45% steigern. Die MetaQuest 3 erhält zudem einen neuen Chipsatz, der das zweieinhalbfache der Leistung des Snapdragon XR2 von der MetaQuest 2 erbringt. Mehr Details zur neuen MetaQuest 3 und ihrer Kühlung werden wir zur MetaConnect 2023 im September erfahren. Ein Livestream ist dazu sogar schon hier in der Zockstube eingerichtet. Also macht euch direkt eine Erinnerung, damit ihr nichts verpasst. Laut Grant, Baggy G. Bagwell, Entwickler von Team Beef, wird dies höhere Leistung in allen Bereichen ermöglichen, darunter höhere Auflösung, dynamisches Licht und Schatten und andere grafische Verbesserungen für VR-Spiele wie Doom, Quake oder Half-Life. Die erhöhte Leistung könnte sogar bisher unerreichbare Titel ermöglichen. Team Beef arbeitet derzeit an VR-Versionen von Wrath, Aeon of Ruin, Morrowind und Quake 4, bei denen die zusätzliche Performance der Quest 3 von Nutzen sein wird. Außerdem zeigt ein durchgesickertes Video ein neues Feature der Quest 3, das sogenannte Smart Guardian System in Aktion. Im Video wird dargestellt, wie das Headset mit seinem Tiefensensor physische Objekte und die Umgebung erfasst und kartografiert. Wenn der Nutzer sich physischen Objekten nähert, leuchtet die kartografierte Umgebung als Warnung auf. Im Vergleich zur manuellen Definition von Spielgrenzen und Objekten in der Meta Quest 2 könnte das Smart Guardian System diesen Prozess automatisieren und zusätzlich noch verfeinern. Dies würde Virtual Reality einfacher und sicherer zu Nutzen machen und Mixed Reality zugänglicher und immersiver. Es bleibt abzuwarten, ob das Smart Guardian System tatsächlich so funktioniert, wie es in den Videos dargestellt wird. Meta hat bisher keine offiziellen Angaben zu diesem Feature veröffentlicht. Welches Headset kaufen im Jahr 2023? Viele Nutzer stellen sich im Jahr 2023, gerade jetzt, wo die Quest 3 angekündigt wurde, die Frage, welches Headset soll ich mir denn kaufen? Soll ich auf die Quest 3 warten? Soll ich mir eine Quest 2 kaufen? Oder ist vielleicht sogar eine Pico 4 die bessere Alternative? Hierzu habe ich euch am letzten Samstag schon ein Video veröffentlicht, wo ich die Quest 2 mit der Quest 3 und der Quest Pro vergleiche. Dieses Video findet ihr gleich in der Endkarte. Deswegen möchte ich euch jetzt darauf hinweisen, dass am kommenden Samstag ein Video erscheinen wird, was sich mit der Situation beschäftigt. Ihr wollt jetzt unbedingt ein VR-Headset kaufen und seid zu ungeduldig, um auf die Quest 3 zu warten. Was ist denn dann im Moment die beste Option? Und da vergleiche ich die Quest 2 mit der Pico 4 und gebe euch dann meine individuelle Einschätzung. Wenn ihr euch für das Video interessiert, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Allgemein würde mich auch interessieren, wie ihr so VR-Headset-Vergleich-Videos findet. Da bin ich wirklich gespannt, von euch zu lesen. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, was ihr von den vorgestellten News haltet und was ihr in der nächsten Ausgabe von VR aktuell hören möchtet. Hier auf der rechten Seite findet ihr, wie versprochen, die Playlist, in der ich die Quest 2 mit der Quest 3 und der Quest Pro vergleiche. Außerdem findet ihr weitere Folgen von VR aktuell in der unteren Playlist. Das Video auf der linken Seite wird euch vom allmächtigen YouTube-Algorithmus vorgeschlagen. Vielen Dank für eure Däumchen, eure Kommentare und danke an meine Patreons, ohne deren finanzielle Unterstützung Videos in dieser Qualität gar nicht möglich werden.